Nischenwebseiten, die keine Nischenwebseiten sind. Hallöchen Leute, hier ist mal wieder euer Win-Win-Marketer Lars Pilafski, frisch aus dem Frühlingswerden in Chile endlich. Und mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass viele Nischenwebseiten erstellen wollen mit einem Thema, was zwar sehr groß auf dem Markt vertreten ist, also wo man eigentlich viel rausholen kann, aber wo man sich halt in auch einen Bereich begibt, wo es halt recht viel Konkurrenz gibt. Und dann sollte man auch wirklich in eine Nische reinbrechen und nicht einfach mit den typischen Faktoren, die jeder macht sozusagen in den Bereichen, auf den Markt kommt. Und erst mal ist da die Frage, welche Bereiche meine ich überhaupt? Und das sind ja hier diese Bereiche Flirting, Dating, Gesundheit, sich gut ernähren, Versicherung zählt da auch ganz stark zu und natürlich der Bereich Business. Und ich kann mir das halt ehrlich gesagt nur so vorstellen oder so erklären, dass man halt öfter gesagt bekommt, man muss sich auf jeden Fall im Online-Bereich in den drei Bereichen oder in den drei großen Märkten etablieren, was ja da ist, Flirt und Dating, Business und Gesundheit. Und das ist ja auch völlig richtig, dass die drei Märkte den größten Umsatz machen im Online-Marketing-Bereich, in digitalen Produkten, in allen möglichen Bereichen. Aber wir begeben uns ja gerade bei dem Bereich Nischen-Webseiten im Bereich Nischen und da muss man halt in eine sehr spezielle Nische reinbrechen und gerade bei diesen drei großen oder vier großen Versicherungen als viertes zugezogen, ist es ja so, dass es nicht gerade leicht ist, dort eine Nische zu finden. Und deswegen gebe ich dir mal folgenden Rat hier mit an die Hand. Auf der einen Seite, wenn du dich in diesen Bereich begeben willst, musst du erstens viel Einsatz bringen. Also ich rede nicht unbedingt wieder von Geld, sondern aber viel Kraft reinstecken, um da gegenüber der Konkurrenz anzustinken. Oder du musst dich halt in einem ganz speziellen Bereich dann vorwagen, wo wirklich keiner vorhanden ist. Ich habe zum Beispiel gehört, dass jemand jetzt einen Flirt-Bereich für Immigranten in Deutschland entwickelt hat und das ist natürlich eine super Marktlücke oder eine super Möglichkeit, aus dem Flüchtlingsstrom jetzt sozusagen eine Geschäfts-CC zu machen. Finde ich auch völlig super. Aber generell ist es halt nicht für jeden leicht, sich in den Bereichen zu platzieren. Und deswegen nochmal der Schwenk sozusagen zurück. Wenn du kein Spezialist in diesen Gebieten bist oder keine super Idee hast, wie du eine ganz spezielle Nische da aufziehen kannst, dann ist es auch keine Idee, sich da mit allen Möglichen zu konkurrieren, sondern dann ist es auf jeden Fall besser, eine andere Nische zu wählen. Gerade wenn man überhaupt keine Idee hat oder gerade in einer Nischenfindungsphase ist, ist es eigentlich immer besser, sich auf etwas zu konzentrieren, wo keiner drin ist, damit man auch wirklich eine Nische da erreicht oder wenn es halt nur wenige sind, dass die Konkurrenz da einfach nicht so groß ist. Und das wollte ich einfach nochmal kurz gesagt haben, damit du bei der nächsten Nischen-Webseite nicht wieder den Fehler machst oder diese Einbahnstraße wählst, sozusagen da reinzugehen mit einem Thema, was eigentlich sehr groß im Markt ist, aber du mit deiner Nische halt nicht hochkommst. Mit deiner einfachen Nischen-Webseite kann man richtig gut für Geld vergehen, aber man sollte sich halt auch auf eine Nische spezialisieren und nicht irgendwie versuchen, mit deiner kleinen Webseite im Markt zu vertreten. Ja, ich hoffe, das kann dir so ein bisschen weiterhelfen in deinen weiteren Werdegang. Wenn dir das Video gefallen hat, tu mir einen Gefallen und gib mir einen Daumen hoch. Wenn du meinen Channel noch nicht abonniert hast, dann kannst du das hier auf diesem Button machen. Und wenn du ebenfalls Nischen-Seiten erstellen möchtest, kannst du hier oben auf den Button klicken und kommst dann in mein kostenloses Webinar 3-Schritte 4-stellige Einnahmen und dann sehen wir uns entweder im Webinar oder im nächsten Video.